Ich muss es wissen, Saphira. Warum ich? Man wählt einen Anführer seiner inneren Stärke wegen. Aber ich habe trotzdem Angst. Ohne Angst kann es keinen Mut geben. Doch wenn wir beide zusammen sind, dann sind es unsere Feinde, die Angst haben sollten. Und, sind wir zusammen, Saphira? Sind wir eins? Das klingt wie ein Ja.